Ja, schönen guten Tag, Markus Schmidt ist mein Name. Ich hatte schon mal angefragt wegen dem Praktikum. Ne, morgen ist super. Was mache ich da? Alles. Tschüss. Kamera. Kamera. Nächste Runde. Ja, hallo, Andreas Roder hier am Telefon. Wegen dem Interview. Ja, schönen Tag, Jochen Bahner hier am Telefon. Wegen der Ausschreibung für ihr Autorenteam. Wie lange braucht ihr denn, um so ein Skript fertigzustellen? Doch ich mache es in drei Stunden, da habe ich alle verschiedene Rechnungen. Dann würde ich dann in die Fresse den Wichser. Grüß Gott, Andreas Panorowski hier vom Blickwinkel wegen einem Interview. Wer sind denn von diesen Firmen, sind Firmen, das vergisst man auch immer wieder gerne, eigentlich die Kunden. Das sind ja nicht sie. Diese Firmen sind Zwischenhändler und die Ware, das sind sie. Haben Sie zufälligerweise noch die ein oder anderen Kontaktdaten von Betroffenen? Also das mal wie beim Militär. So, jetzt links, rechts, sag das, mach mal so. Also man wird schon sehr beeinflusst. Zuschauer-Sektion S423. Ja, hi, Born ist mein Name. Ihr Leute sucht für eure Kartei. Oh, bodenständig. Ne, im Moment nicht, arbeitslos. Hübsch ist gefragt, gut aussehend ist gefragt, bis 40 ist gefragt und 45 geht gerade noch. Alter ist nicht gefragt, Krankheit ist nicht gefragt, Behinderte sind nicht gefragt. Hallo, Andreas Klobig ist mein Name. Ihr habt da so ein Casting laufen. Muss man irgendwie Text lernen? Mit Tanzen, ne? Kann ich. Da ist viel Talent, da können wir mitarbeiten. Gut, natürlich. Jens Nitschus hier von der Agentur Nitschus & Partner. Wir haben eine sehr talentierte junge Dame. Ob sie sowas macht, das weiß ich nicht. Deshalb, ich müsste dich einmal so halb nackt durch die Szene laufen lassen. Also Schuhe und Panties und Fragen wegen Kinder. Dann passen sie doch was zu. Ne, ich kann es machen. Also bitte. Hier ist der Jens Mücher vom Brachland TV. Also wir suchen Leute, die meinen, sie hätten das Zeug zum Shooting Star. Hallo, ich bin die Carlotta. Ich habe leider immer noch keinen Job. Und deswegen habe ich ganz viel Zeit, mehr Tanznummer auszudenken. Und ja, ich dachte, ich probiere mal. Was macht ihr? Seid ihr beide zu doof dafür? Die Platten auf die Seite. Wollen wir uns die Räder kaputt fahren? Für 15 Minuten Arbeit? Ja, wir fahren mit. Kurva! Weg damit, der muss ganz da durch. Aua, ach Mann, so eine Scheiße. Die kleine Dorfzicke, ey. Weg! Ach Mann, jetzt schmiert das von unten. Ich gebe dem Ding, der hat eine Kopfnuss. Weißt du das? Warum hältst mich der Scheiß Stein auf? Haben die kein Badmahlverdacht, mehr da lang ist? Junge, 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 junge. Paar Nichtskönner. Originale Nichtskönner. Das Badmahl so, wie ich will. Und es dir nun passt oder nicht. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Bleib doch mal ruhig. Nein, das heißt doch, die Schnauze. Geobert, äh, Zicke. Nee. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist. Und es wird sich ja nichts ändern. Das Kinderzimmer bleibt auch so, wie sie ist. Es wird sich ja kein bisschen ändern. Die Wohnung bleibt so, wie sie ist.